Ich brauche nicht darüber sprechen, ob sich etwas ändern muss. Es muss sich etwas ändern, das ist keine Frage, weil diese Vorstellung der deutschen Mannschaft hier in Russland war einer deutschen Nationalmannschaft nicht würdig. Ob Löw Fehler gemacht hat, welcher Spieler Fehler gemacht hat, ich glaube, alle haben ihren Teil dazu beigetragen für dieses schlechte Ergebnis. Und das muss man jetzt eingehend und dringend diskutieren. Und wie es weitergeht, das entscheiden dann die Verantwortlichen vom DFB bzw. Jogi Löw selbst. Die Leistung der Mannschaft war nicht in Ordnung. Sie haben nicht das gebracht, was wir erwartet haben von ihnen. Sie haben nicht angeknüpft an den Leistungen, speziell an der Weltmeisterschaft 2014. Einige Spieler waren meiner Meinung nach müde. Sie waren nicht fokussiert bei dieser Weltmeisterschaft auf das Turnier. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es nicht nur ein Problem des Kopfes war, sondern auch ein Problem des Körpers. Die Füße und die Psyche sind enorm wichtig im Fußball und das hat beides nicht gestimmt bei der deutschen Nationalmannschaft, gerade bei diesen Spielen, die sie hier performt haben.